Ich sehe ja nicht, was es ist. Schönen guten Tag. Mein Name ist Barbara. Hallo, ich bin der Uwe. Barbara und Uwe, ein bezauberteres Bärchen. Wie lange seid ihr zusammen? Fast 20 Jahre. Das ist doch noch nicht so lange. Nicht allzu lange. Für euch die Verhältnisse sind lange. Aber jetzt mal ernst ohne Quatsch, 20 Jahre, das war so eine Liebe, wo man gesagt hat, so. Die zweite. Die zweite. Und da bleibt aber jetzt so. Da ziehen wir durch. Sollte so sein. Mein Gott, was habt ihr denn Daffenklopper mitgebracht? Ja, schon ein sehr großer Ring. Ja, sehr groß ist noch immer untertrieben. Meine Herren, den kann ich mir bei dir, ist aber ganz schwer vorstellen. Ganz schwer, deswegen würde ich mich auch gerne davon trennen. Also ist er von dir? Von meiner Mutter und ich denke, der ist vielleicht auch noch von meiner Großmutter. Also genaues weiß ich darüber nicht. Haben wir nie drüber gesprochen. Meine Mutter ist jetzt auch seit fast 20 Jahren tot. Und ich habe jetzt gedacht irgendwann, der liegt so lange da rum. Kann man auch verkaufen. Ja. Ja, machen wir. Meine liebste Wende da. Ich glaube, der ist doch nicht ernsthaft für eine Dame gedacht, oder doch? Was meinst du? Es könnte schon sein, dass ihn ein Herr getragen hat. Das ist natürlich eine Aussage. Ein Statement Piece sozusagen. Auf den ersten Blick könnte man denken, das ist ein altes Stück. Es wiederholen sich natürlich Formen aus dem Rokoko. Die haben sich ja immer wieder wiederholt. Im 19. Jahrhundert, zweites, drittes Rokoko. Dann in den 30ern gab es sowas auch gerne wieder. Aber dieses Stück, das ist wirklich erst in der zweiten Hälfte des 20. Jahrhunderts entstanden. Aha. Ich könnte mir wirklich gut vorstellen, die späten 60er oder vielleicht sogar die frühen 70er Jahre. Da war diese Kombination mit dem Amethyst und dem Gelbgold wieder beliebt. Überhaupt alles, was farbig ist und bunt und lebensfroh. Und ja, das passt einfach perfekt in diese Zeit. Und vor allem die Verarbeitung. Wenn man von der Rückseite mal drauf schaut, so wäre ein Schmuckstück in den 30ern nicht verarbeitet gewesen. Und im 19. Jahrhundert schon gar nicht. Nichtsdestotrotz. Es ist 85er Gold. Wir haben eine Punzierung. Und der Ring ist handgemacht. Ui, das ist schon mal was Feines. Absolut. Der Stein innen sieht für mich so höllmäßig nach Glas aus. Nein, es ist kein Glas. Es ist ein Amethyst. In dieser Größe, das sind ca. 20 Karat, was der Stein wiegt. Also umgerechnet ca. 4 Gramm. Da haben die Steine oft einen sehr schönen, satten, dunklen Farbton. Und in diesem Fall jetzt ist der Stein ja doch eher ein bisschen blass. Das ist also keiner der ganz teuren Amethyste. Aber in 585er Gold von Hand gearbeitet, da hätte man auch keinen Glasstein genommen. Das finde ich alles ganz spannend. Was würdet ihr gerne haben wollen? Aber wir hatten uns so vielleicht so um 1000 Euro vorgestellt. 1000 Euro. Was denkst du, ist davon der Materialwert? Ich weiß nicht, vielleicht 500, 600. Liegt Barbara mit ihrer Einschätzung richtig? Wir haben ein Gesamtgewicht von knapp 18 Gramm. Davon entfallen 4 Gramm in etwa auf den Stein. Die ziehen wir ab. Dann sind wir bei 14 Gramm. Und da sind wir bei einem Gold-Ankaufspreis von rund 300 Euro. Das ist der Materialwert plus das Steinchen. Genau, plus das Steinchen. Der Amethyst in der Farbe kostet jetzt nicht allzu viel. Insofern lieg ich bei meiner Schätzung bei 400 bis 500 Euro. Guckt sie noch? Sind sie noch da? Ja, sie sind auch noch nicht zusammengebrochen. Was machen wir? Soll er weiter in der Schublade legen? Ich bin schon überredet. Also verkaufst du dafür? Ja. Gut. Dann, man weiß nie, wem er steht demnächst. Genau. Meine Liebe, ich hab zu danken. Viel Vergnügen bei den Händlern. Vielen Dank. Viel Glück. Danke. Vielleicht ist da jemand ganz verrückt. Ja, vielleicht gefällt mir jemand. Genau. Gewöhnlich gut. Mal schauen. Da geht es rüber. Tschüss ihr zwei. Vielen Dank. Tschüss. Ich bin ja eigentlich gar nicht so gut im Verkaufen. Ich glaube, ich würde erstmal alles auf mich zukommen lassen und dann mal gucken, wie sie reagieren. Gold und Edelsteine sind für gewöhnlich Selbstläufer bei unseren Händlern. Aber auch in diesem auffälligen Stil? Hallo. Guten Tag. Guten Tag. Guten Tag. Guten Tag. Kleines Kästchen. Ja, wir haben euch eine Kleinigkeit mitgebracht. Eine kleine für heute. Ja. Oh, das Kästchen ist schön. Oh, hör mal. Oh, hör mal. Oh, hör mal. Oh, hör mal. Das ist ein Statement-Ring, oder? Sagt man das dazu? Kann man so sagen. Wow. Das war mal früher eine Gürtelschnalle. Ich könnte mir vorstellen, dass es eher mal ein Anhänger war, der zu einem Ring gearbeitet wurde. Kann ich gar nichts zu sagen. Weiß ich gar nicht. Also ich kenne es halt nur so. Okay. Kommt ja aus der Familie. Ja. Und haben Sie den auch getragen? Also der ist von meiner Mutter. Aber ich kann mich auch nicht mehr daran erinnern, dass sie den mal getragen hat. Also und der liegt jetzt bei uns auch schon 20 Jahre fast in der Schublade. Das ist aber schade. Ja. Der muss ausgeführt werden. Genau. Oder? Ja. Das ist 14 Karat Gold. Das könnte vom Stil aus den 60er Jahren sein. Ja. Stein amethyst vermutlich. Passt dir. Passt. Ja. Du kannst es zum Waltraut sagen. Du weißt du, dass der Papst auch einen Amidist-Ring trägt? Wer? Der Papst. Aber Waldi, ich fand deinen Ringtest ganz praktisch. Ja. Sitzt. Sitzt passt. Der ist vom Gefühl her gut. Den grau ich. Top. Ich starte mit 350 Euro. 400. 420. 450. Das ist schon ein Ring, wenn man jemanden findet, der den mag. Ja. Dann gibt es auch Geld. Mhm. Denke ich auch. Ist Handarbeit. Ist auch ein Unikat. Das glaube ich. Das größte Problem ist ... Ja, den gibt es nicht nochmal. Mhm. 460. 500. Tja, ich habe da keinen für. Ich bin da auch raus. Zeig nochmal bitte. Das müssen die drei unter sich ausmachen. 550. Ne, da bin ich jetzt auch raus. Tja. Herr Suppes? Das ist ja eigentlich ein Flanierring. Ein Flanierring? Ja. Und in Wiesbaden flaniert man sehr gerne. Deswegen 600. Willst du den zum Planieren tragen? Dann, wenn du den gerne anziehst zum Planieren. Ich kann es nicht versprechen. Ne, aber es ist ein schöner Cocktailring. Verkaufen Sie einen dadurch für 600 Euro. Die Expertise ist immerhin überboten. Wenn sonst keiner mehr Interesse hat, machen wir das. Ja, super. 500 und 600. Ja. Vielen Dank. Dankeschön. Und viel Spaß damit. Wiedersehen. Dankeschön. Tschüss. Er wird lange Spaß haben. Und flanieren. Das dauert schon schön in Wiesbaden am Kurhaus, da muss ich ihm schon recht geben. Ja, ja, ja. Also ich finde es ist super gelaufen. 600 Euro mehr in der Urlaubskasse für die Oldtimer-Tour. Ja, was machst du dazu? Ich bin begeistert. Bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal. Bye. Bye. Bye.